Hi Leute, ich habe heute ein FMR mit Blitz für euch. Ich habe ungefähr seit einer Woche die Reitbeteiligung bei Blitz und mir wird der Sattel jetzt schon ein bisschen schwer, deshalb sattle ich jetzt mal auf. Ja, es ist perfekt. Okay, kommt das jetzt für Kampfer. Hallo. Hallo! Ich bin der Baby. Ich bin der Baby. Ich bin der Baby. Ich komme her. Soll ich ein Kassier? Niemals. Ja, geht's, geht's, geht's. Welchen Stress du denn in der Mühne? Der Mühne ist in der Mühne. 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 Der Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne. Der Mühne ist in der Mühne. Der Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne. Der Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne. Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne. Ich bin leider ein bisschen der Mühne ist in der Mühne. Der Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne. Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne. Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne. Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne. Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne. Mühne ist in der Mühne ist in der Mühne. Mühne ist in der Mühne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.